Die großen Sarggräber, die werden heute nicht mehr nachgefragt, stattdessen die kleineren Urnengräber. Und wenn ich nur noch ein Viertel der Fläche benötige, jetzt für diese Nachfrage, ist es selbstverständlich, wir haben Überhangflächen, wir haben Freiflächen, die teuer gepflegt werden sollen. Wer bezahlt das denn? Damit wird es natürlich teurer. Die Städte können diese Gelder nicht mehr einfach über Gebühren refinanzieren. Die Bürger sind nicht bereit, diese hohen Gebühren zu bezahlen. Die großen, das sind alles Alte, die sind vor mehr als 50 Jahren entstanden, die dürfen heute gar nicht mehr gebaut werden. Die Satzungen der Städte sehen vor, dass die Gräber einheitlich gestaltet werden sollen. Sagen wir mal maximal einen Meter hohe Grabsteine. Und damit sind diese schönen alten Anlagen für die Zukunft eigentlich obsolet. Die wird es so nicht mehr geben. Nach dem Gebührenrecht werden die Gebühren ja für 20, 30 Jahre vorausbezahlt. Im Umkehrschluss, die Anlagen, die wir heute haben, die müssten bezahlt werden aus den Gebühren, die vor 20 oder 30 Jahren bezahlt wurden. Aber die reichen nicht aus. Die Gebührensätze aus der Vergangenheit heraus waren so niedrig, davon kann heute keine Stadt ein Friedhofsmehr finanzieren. Wir gehen davon aus, dass einige Friedhöfe zukünftig schließen werden. Ganz einfach, weil sie der Fläche nach nicht mehr benötigt werden. Wir befürworten die andere Variante, dass die Friedhöfe kleiner werden. Es ist ein wesentlicher Punkt der Angebotsqualität für die Bürger ortsnah, eine Begräbnisstätte zur Verfügung zu stellen. Nur brauchen wir diese großen Flächen dafür nicht mehr. Wir gehen davon aus, dass heute im Durchschnitt ein Drittel der Friedhofsflächen nicht gebraucht werden. Und dass dieser Anteil in Zukunft ganz deutlich zunehmen wird. Ich gehe davon aus, in 10, 12 Jahren wird die Hälfte der heutigen Friedhofsflächen nicht mehr benötigt. Ich gehe davon aus, in 10 Jahren wird die Hälfte der Friedhofsflächen nicht mehr benötigt.